Elvis, Elvis, Elvis! Ich glaube, er ist hier am richtigen Platz. Es gibt ja so viele Tierschützer, die immer versuchen gegen den Zirkus anzugehen. Ich meine, die müssen gegen die ganzen Zoos der Welt anzugehen. Und wir haben das hier mitbekommen, was jetzt der Elvis von seinem Herrchen an Ausstrahlung, an Streitleinheiten, an Sympathie, auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit, die sich hier irgendwann ansteht. Irgendwann wird der Elvis hier hinter dem Gitter sitzen und vielleicht mit der Pranke im Gitter hängen und den Zuschauern zulässt. Also ich meine, ich komme hier seit meinem sechsten Lebensjahr. Und ich habe viele Hintergründe. Und ich bin mit dem Haus hier vertraut, kannte noch die Frau Groni Sembach, Herrn Sembach, die Christel. Super. Und von daher werde ich, weil immer der Elvis kommt und der Marty kommt, die Jana kommt, ist es für mich eine Ehrensache, nach meinem Atem zu gehen. Ja, absolut. Dann kannst du vor der Seite genau kommen. Ja, absolut. Oh mein Gott. Ja, absolut. Ich hab ihn jetzt gemacht. Oh Gott. Ich hab ihn davon, äh, nichts. Ich hab ihn verwohlen. Oh Gott. Ich hab ihn mit einem Schlosser. Oh Gott. Ich hab ihn mit meinem Scherz. Vielen Dank.